Bettina Schockemöhle ist Organisationsleiterin der VR-Classics. Es ist die 70. Auflage insgesamt 2020 und die Vorfreude ist hoffentlich groß. Gibt es etwas, worauf man sich besonders freut oder wo man besonders stolz drauf ist? Ja, Neumünster hat in diesem Jahr im Springsport ein Novum, sage ich mal, ist finale Etappe der BEMA Riders Tour geworden. Und was auch besonders gut in das Konzept passt, im Moment in Führung liegt ein Schleswig-Holsteiner in dieser Serie und zwar Nisse-Lüneburg. Nisse-Lüneburg wird hier in Neumünster an den Start gehen und versuchen, auch diesen Titel Rider of the Year hier im Land Schleswig-Holstein zu behalten. Es sind zwei schwere Springen zu reiten, einmal am Samstagnachmittag. Die Qualifikationen, die Top 40 kommen dann am Sonntag in den großen Preis der Volksbanken Reifeisenbanken. Und dort wird dann durch diese sechste Wertungsprüfung entschieden, wer auch gleichzeitig die Serie, die BEMA Riders Tour, dann am Ende gewonnen hat. Dann gibt es ein zweites Highlight und das heißt FEI Dressage World Cup. Was ist das eigentlich für ein Gefühl, wenn man auch als Veranstalter erlebt, die 15 Besten sind am Sonntag in der Kür im Preis der VR-Bank und die ganze Holzenhalle reitet mit. Ja, wir sind froh, dass wir den FEI Dressage World Cup auch jetzt 2020 wiederbekommen haben vom Weltreiterverband hier nach Neumünster. Neumünster ist eine der ältesten, dienstältesten Etappen und wir haben tatsächlich immer hervorragendes Starterfeld hier in Neumünster. In diesem Jahr haben sich angekündigt die Top 3 des aktuellen World Cup Rankings. Das ist einmal Benjamin Wendel aus Bayern, dann Frederik Wandres aus Osnabrück und Helen Lange-Harnberg, die auch hier schon als Siegerin mal beim Weltcup mit Dempsey auf dem ersten Treppchen stand und dazu gesellt sich die Dressur-Queen, sage ich mal, Isabel Wert. Sie muss sich nicht mehr fürs Finale qualifizieren, sie ist bereits vorqualifiziert, muss aber Staatsnachweisen und wird hier auch in Neumünster wieder dabei sein. Und ich denke, normal ist damit zu rechnen, dass sie auch wieder in der Siegerehrung ist und in der Siegerehrung nimmt sie das Publikum generell immer mit auf ihre Ehrenrunde. Das hat sie letztes Jahr auch bewiesen. Trotzdem ist das Feld eng, denn nur drei Deutsche können am Ende mit zum Finale und wir haben ein so gutes Starterfeld. Also die werden alles geben, um tatsächlich sich für Las Vegas dem Finalort zu qualifizieren. Das ist das Feld eng, denn nur drei Deutsche können am Ende mit dem ersten Treppen und dem ersten Treppen.